So, dieser kleine Vogel, über den können wir noch nicht viel sagen, der ist vor einigen Tagen gefunden worden, ist natürlich ein Wellensittich, ein Hahn, also ein männlicher Vogel und relativ häufig werden witzigerweise diese Vögel gefunden, die entfliegen wahrscheinlich irgendwo, werden völlig entkräftet gefunden, landen dann hier und in der Regel werden sie so gut wie nie abgeholt, auch wenn sie beringt sind, können wir die Besitzer nie ausfindig machen. Deswegen geben wir ihn schon mal zur Vermittlung frei. Ganz wichtig für uns ist, dass er zu Artgenossen vermittelt wird und in Volieren, also diese kleinen Käfige, wo er jetzt drin sitzt, das geht hier im Tierheim nun mal leider nicht anders, soll ja nur vorübergehend sein, die dulden wir so nicht. Wir wollen ganz gerne, dass sie vernünftig fliegen können und das mit Artgenossen.